Ich bin Christina Vasseva, gelernte Modedesignerin und Schnecktechnikerin. Ich habe ein Nähatelier in Bielefeld. Ich habe drei meiner Outfits mitgebracht. Ein wunderschönes Brautkleid mit Applikationen im Vintage-Look. Dann habe ich ein grünes Kleid aus einer Tischdecke gemacht und das dritte Kleid im barocker Stil mit Puffärmeln. Wir befinden uns gerade bei Van Lack in Bielefeld. Ich denke, dass ich mit Van Lack sehr gut harmoniere, was die Ausstellung betrifft. Es ist ein sehr schicker Laden der Bielefelder Altstadt, der sich auf Massanfertigung fokussiert bei Hochzeiten und ich mache auch zum größten Teil Brautmodeänderungen und Massanfertigung zum größten Teil auch für Damenbekleidung. Deshalb passt das so sehr gut zusammen.